Ist das an? Was gibt es da für eines? Inner Child Video Dreh, One Tag, nach einer Stunde fertig, ab nach Hause. Deine Meinung zum Mec Toast. Das war mal geiler. Das war mal geiler. Das ist nicht geil. Ja, ich hab Bock. Mal gucken, was die Kati da so was umsaubert. Filmception. Das ist der Raum. Wir werden aber tatsächlich nur, also was heißt nur, vor dieser Wand und mit Plane davor. So ist der Plan. Ich will ja das Laserschwert mal Wisch bestellen. Wir sehen hier einen großen Part von Privacy und deren Männlichkeit. Halt die Fresse. Guck mal, wir sind super, wir trauen uns mega nah da dran. Es ist voll heiß. Und wir haben die ganz alleine angemacht. Das hab ich gemacht. Wir haben uns alleine davor gestellt. Das ist korrekt. Die hat Hunger. Ja, aber das beantwortet nicht meine Frage, du Vogel. Ich will ja. Sie will ja. Man muss ja im Davor zu sein. Mein Tunnel hat uns immortals. Was war uns, was war uns, für uns in den Halle. I want the pain to run Let's carry My inner child, my inner child My inner child, my inner child Malöcheln! Willst du begrüßen? Begrüßung! Wir wurden nämlich verballert den Bulli zurückzufahren Es ist schon deutlich dunkler draußen geworden Aber Teil 1 des Videos ist im Kasten Der gab sehr, sehr viel Material selber aufgenommen Das Ganze wird dann natürlich nochmal getoppt von dem, was Gatti auch genommen hat Und man darf gespannt sein Herr Ehrenbrecht, wie fanden Sie es heute? War echt cool! Aufregende Erfahrungen habe ich so noch nie gemacht Sowohl selber performen oder filmen als auch bei den anderen zuzugucken Ich fand es auch ziemlich geil, muss ich sagen Bin auch sehr gespannt auf das Ergebnis Oh nein, ich hatte beim Film die ganze Zeit meinen Finger vor der Linse Oh nein, ich hatte beim Film die ganze Zeit meinen Finger vor der Linse Ich hatte einen Film ein, ich hatte beim Film das die ganze Zeit